Ja genau, die Treppen, mein Gott. Alle hopp, das kann erstmal weg, so sollte das dann sein. Jawohl, genau so, mhm, dann ist das nämlich eine ganze Ecke steiler, das funktioniert so nicht, dann bleibt das weg, das muss ja auch nicht, warte mal, das war so. Jo, wie hätten wir das denn hier gemacht? Achso, auch so, und dann, so. So, da muss es wieder wegbleiben, das heißt, wir gehen hier einfach wieder rüber, so. So, und hier gehen wir dann auch wieder rüber, genau so, und hier haben wir die Teile wieder ja, nicht du, du. Genau. Und hier? Hä, hä, hä? Warum ist das jetzt so? Hallo? Irgendwas stimmt nicht. Das dürfte gar nicht so aussehen. Jetzt komme ich da natürlich nicht wieder rauf. Karamba. Warum ist das? Hier sind es vier. Aber warte mal. Ja, die zwei sind frei, das heißt, die müssen weg. Ach, da ist das immer. So. Und da musst du auch nochmal weichen. Ne, du musst weichen. Oh. So. Und jetzt müssen wir auch nämlich, sagt die Wetterlage, sagt es ist gleich dunkel, das ist kacke, das finde ich jetzt erst da ein höher gehen müssen. Denn ich will das ja steiler haben. So, genau. Der irritiert mich hier nur. Der muss so. Genau. Dann kommen die nämlich jetzt hierhin. Ne, Moment. Das ist schon falsch. Die müssten nämlich jetzt erst gehen können. Aber das ist wieder ein Zweier. Dann funktioniert das wieder nicht. Deshalb war das da eigentlich schon richtig, dass das so kommt. Da muss das hierhin. Genau. Du. Ist da völlig falsch. Mensch. Komm schon. So. Jetzt müsste die ganze Geschichte natürlich noch ein höher. Und da kann ich jetzt natürlich nichts mehr draufsetzen. Außer natürlich nur noch ein Slabs. Aber das wird mir glaube ich nichts bringen. Treppen kann ich da nicht machen, weil das Teil in der Mitte, das dreht sich nicht zur Mitte. Ja, also ich wüsste nicht, dass es hier zur Mitte dreht. Ne, siehst du? Das funktioniert leider nicht. Bleibt immer irgendwie, ne? Und das ist scheiße. Dann mache ich da am besten, jetzt lassen wir uns oder soll ich da Slabs drauf machen? Ich glaube, da mache ich lieber Slabs drauf, ne? Da sind sie. Ich glaube, das sieht mit den Slabs ein bisschen besser aus. So, jetzt muss ich natürlich nur noch hier runterkommen. Mein Mögel hier wegmachen. Der hier auch noch irgendwo steht. Da ist er. Also Zombies und sowas. Hier spawnen wirklich nichts auf den Dächern. Also, das könnte stimmen. Hat die da erzählt. Was da? Alter! Du verschwindest. Oh, fast hätte ich ihn angeguckt. So, das kann ich ja eigentlich. Ich. Oh, zack. Stirb. Die XP ist mir. Jetzt aber schnell. Rein. Also, die drin dürfte ja eigentlich nichts sein. schnell in die Kiste dann haben wir unser Dach ja zu ach guck mal an ein kleiner schnell wieder rein jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen über die Beleuchtung wie wird die hier drin so dann müssen wir noch von innen kann ich eigentlich mal eben machen wo haben wir denn da haben wir wie war das nochmal so weiß noch nicht wie viel ich brauche aber das ist eigentlich der Problem wir können immer wieder neue machen die kommen noch jetzt die können wir dann zumachen von hier innen weil da können ruhig welche drin sein ach ja hier oben gab es ja keine aber hier ist auch noch ein Kackstift und da sind auch noch Holzbretter wir könnten natürlich das würde mich ja wieder jede Menge Kloster kosten oder wir machen das noch an der warte mal ich müsste das nochmal machen damit ich sehe wie das aussieht wenn wir jetzt einfach so machen ich hasse das dass es so pingelig ist wenn man so weit weg ist müssen wir natürlich dann durchziehen ach komm schon nein nein kann man aber nicht mehr da reinkommen was ich etwas schade finde na komm jetzt könnte man logischerweise einfach so in die Icken habe ich eigentlich Glowstone mit nein gut dann müssen wir nochmal runter gehen weil ich hier Glowstone verballer ne das ist nicht schön dumm 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 komm schon das ist ja jetzt erstmal nur für den Turm hier gedacht oder ich gehe mit den Holzbrettern noch einen nach oben weil wenn ich den jetzt dahin mache sieht halt irgendwie ein bisschen bescheiden aus ne warte mal, warte mal, warte mal, warte mal verschwindest jetzt erstmal wenn wir damit ich würde ja am liebsten mit dem Teil noch einen tiefer gehen komm her das heißt, dass wir die Teile warte mal weg oder wir gehen damit einfach so eine Etage tiefer da müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder? ach, da liegt ja noch was da oben drauf ist da noch irgendwo was drauf? nein, ich glaube nicht das wir jetzt so machen und dann einfach eine Etage tiefer gehen na komm, geh da dran so, und jetzt einfach so machen obwohl das auch wieder schlecht aussieht wenn wir jetzt sofort hier hingehen würden weil ich möchte eigentlich so in den Ecken ach, das können wir auch noch weg machen wenn wir da direkt einen 4er Close-Tone reinmachen das wäre eigentlich blöd und jetzt kann man so machen dann guckt das nämlich so ein bisschen runter das müsste ich jetzt eigentlich auch noch zumachen da kann man zwar oben nicht mehr reingucken aber wir haben voll die coole Beleuchtung hier hm ist nur die Frage, was man später hier reinbaut das soll uns aber im Moment nicht stören denn müssen wir mal gucken wie weit mit der Beleuchtung hier machen da soll der irgendwie ein bisschen abwechslungsreich sein man kann die natürlich jetzt diese da welche hier in die Ecken pappen da so wo das da wieder nicht passt oh, jetzt geht das schon wieder los weil das da wieder an das ist oh, das ist natürlich schlecht ähm ich muss das benutzen das nutze ich nicht ab wenn man Glowstone abbaut weil da ist Behutsamkeit drauf wenn eine Axt benutzt benutze ich die benutze ich die Axt ab tja, wie machen wir das jetzt was ist denn wenn ich das ist blöd, das hat ich überlege gerade ich muss mal ganz kurz nach unten hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht ich habe nur noch drei von denen unten habe ich glaube ich nichts in der Tor aber dann werden wir jetzt ganz einfach mal nachgucken ob ich ohne die in der Tor noch was drin habe obwohl ich das eigentlich bezweifle dass von den Teilen dann noch was drin ist aber wir gucken einfach mal nach wo ist mein Steak da ich muss mich eh gleich in die Kiste hauen weil wir haben eh schon äh ach guck mal da sind sogar auch noch welche von den Teilen auch noch Fichte nehm ich alles mal mit ne davon haben wir auch keine mehr und nu und weder machen wir uns welche weil hier sowieso davon nichts drin ist dann machen wir uns mal welche ich hab gerade eine mhm so sechs Stück und noch ein paar mehr das sollte eigentlich passen wir müssen wir müssen jetzt